Das Wetter gibt es jetzt auch über WhatsApp und den Facebook-Messenger. Einfach mit unserer Rufnummer einen Kontakt anlegen und eine WhatsApp-Nachricht mit dem Wort Start schicken. Wenn Sie lieber den Facebook-Messenger nutzen, einfach das Wort Start an wetter.com senden. Nach der Anmeldung erhalten Sie jeden Tag einen redaktionellen Wetterbericht mit dem nationalen Wetter und den aktuellsten News zum Wetter. Noch spannender wird es aber, wenn Sie den Messenger nutzen, um sich individuelle Infos zu besorgen. Dafür gibt es einen Wetter-Bot, unseren Wetterassistenten, der die Chats der Nutzer entgegennimmt und sofort darauf reagiert. Wenn Sie zum Beispiel Wetter München eingeben, versteht der Bot diese Eingabe und schickt Ihnen das aktuelle Wetter mit einem Live-Cam-Bild aus München und dem Link zur Video-Wettervorhersage. Natürlich werden Ihnen auch aktuelle Wetterwarnungen zugeschickt, wenn Warnungen aktiv sind. Unser Wetterassistent versteht auch schon viele Zeitangaben. Sie können also auch fragen, wie wird das Wetter morgen oder wie wird das Wetter am Samstag in München. Darüber hinaus können Sie dem Wetterassistenten mitteilen, zu welcher Zeit und für welchen Ort er Ihnen regelmäßig Wetterinfos senden soll. Man kann also beispielsweise festlegen, dass Ihnen jeden Morgen um 8 Uhr das Wetter für München geschickt wird. Probieren Sie es einfach mal aus. Alle Infos zur Anmeldung gibt es auf wetter.com unter Apps und Services und Wetternews via WhatsApp und Co. Natürlich ist unser Service komplett kostenlos für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.